Hand aufs Herz! Sind Sie zuckersüchtig? Mein Name ist Ulrich Bauhofer, ich bin Ganzheitsmediziner und ich arbeite seit über 40 Jahren mit meinen Patienten daran, im Alltag einen gesunden Lebensstil zu etablieren. 25 Gramm Zucker am Tag sieht die Weltgesundheitsorganisation als unbedenklich an. Das sind 6 Teelöffel. Man geht aber davon aus, dass in Deutschland bis zu 80 Gramm am Tag konsumiert werden. Das sind immerhin 18 Teelöffel. Im Jahr summiert sich das zu ca. 34 Kilogramm Zucker. Jetzt drehen wir das Ganze mal um und fragen uns, was passiert mit Ihrem Körper, wenn Sie 30 Tage nur einen Monat auf Zucker verzichten? Und das geht jetzt Schlag auf Schlag. Erstens, Ihre Blutfettwerte verbessern sich. Damit sinkt das Risiko für Herzinfarkt oder Schlaganfall. Aber auch Ihr Blutdruck stabilisiert sich. Sie haben richtig gehört, zu viel Zucker erhöht den Blutdruck. Zweitens, Ihre Blutzuckerwerte normalisieren sich. Ein Prädiabetes zum Beispiel, also die Vorstufe zu einem Typ-2-Diabetes, kann sich zurückentwickeln. Viele Menschen wissen gar nicht, dass sie ein Prädiabetes haben. Auch Müdigkeit wird vom Blutzucker getriggert. Denn schlechter Schlaf, Kopfschmerzen und sogar Depressionen können von dem ständigen Auf und Ab des Blutzuckerspiegels kommen. Drittens, sie nehmen ab, weil weniger Insulin ausgeschüttet wird. Insulin im Körper fördert den Aufbau von Fett und verhindert den Abbau. Positiver Nebeneffekt, Heißhungerattacken lassen nach. Viertens, Ihr Mikrobiom im Darm, in der Mundhöhle und im Urogenitaltrakt erholt sich, weil schlechte Bakterien und Pilze weniger Nahrung bekommen. Ihre Verdauung wird besser, Ihr Atem frischer und Entzündungen im Körper klingen ab. Zum Beispiel Gelenkentzündungen. Das wissen viele meiner Patienten tatsächlich nicht. Zucker triggert Entzündungen. Auch stille Entzündungen im Organismus. Fünftens, die Universität Würzburg hat jetzt eine Studie vorgelegt, dass übermäßiger Zuckerkonsum, Autoimmunerkrankungen wie die Hashimoto-Tyreotitis oder Morbus Crohn begünstigt. Das Forscherteam konnte nachweisen, dass durch ein Überangebot an Zucker bestimmte Zellen des Immunsystems, sogenannte T-Helferzellen vom Typ 17, Stoffwechselprodukte produzieren, die ab einer bestimmten Menge entzündungsfördernde Gene aktivieren. Sollten Sie an Autoimmunerkrankungen leiden, ist Zuckerabstinenz ein großer Hebel, den Sie selbst in der Hand haben. Vier Wochen wären ein Anfang. Sechstens, Ihr Hautbild verbessert sich, weil innere Entzündungen auch Hautunreinheiten, Pickel, Akne und sogar Rosazia begünstigen. Zucker baut aber auch Kollagen und Elastin ab, also genau die Strukturproteine, die für Spannkraft und Elastizität unserer Haut zuständig sind. Die Formel heißt also, kein Zucker ist gleich straffere, elastischere Haut. Siebtens, Ihre Laune verbessert sich. Warum? Weil sich Ihr Dopaminspiegel normalisiert. Zucker wirkt auf das Belohnungssystem im Gehirn und sorgt dafür, dass mehr Dopamin, eines der Glückshormone, ausgeschüttet wird. Nach dem Hoch folgt aber der Absturz in ein gegengleiches Tief. Das bedeutet, so hoch der Zucker Ihre Stimmung gepusht hat, so tief fällt sie auch ab. Das merken Sie als Stimmungsschwankung. Ohne den Zuckerteufel balanciert sich Ihre Stimmung auf Normalmaß zurück. Übrigens, Studien weisen nach, dass Zucker genau dieselben Hirnregionen aktiviert wie Drogen. Ist ein Argument dabei gewesen, das Sie überzeugt, oder vielleicht sogar mehrere? Ganz herzlich, Ihr Ulrich Bauhofer. Untertitelung des ZDF für funk, 2017